Hi, hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist Disa aus Dessama wieder für euch und ich begrüße euch zu einem neuen Disa auf Reisen. Vlog 9, Hannover 3. Wir fahren heute mal wieder nach Hannover zu der Elisa und ich lasse euch daran natürlich teilhaben, auch wenn wir nur zwei Tage da sind. Aber wir werden zum Schützenfest mit dabei sein und das möchte ich euch doch bitte ein bisschen zeigen, oder? Also viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.